Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Autokonfiguration-Engine-Kühlmitteltemperatureingang nicht vorhanden. Was bedeutet das? Dies ist ein generischer Diagnosefehlercode DTC, der für viele OBDI-Fahrzeuge gilt, ab 1996, dies kann Fahrzeuge von Nissan, Toyota, Mazda, Hyundai, Kia und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl genau, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren, wenn ihr mit OBDI-2 ausgestattetes Fahrzeug den Code P063F gespeichert hat, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM kein Eingangssignal für die Motorkühlmitteltemperatur mit automatischer Konfiguration erkannt hat, Wenn der Zündzylinder auf ON gestellt ist und die verschiedenen Bordsteuerungen, einschließlich PCM, erregt sind, werden mehrere Selbsttests eingeleitet, das PCM ist auf Eingangssignale von Motorsensoren angewiesen, um automatisch eine Motorstartstrategie zu konfigurieren und diese Selbsttests durchzuführen, Die Motorkühlmitteltemperatur gehört zu den wichtigsten Eingangssignalen, die das PCM für die automatische Konfiguration benötigt, der Motorkühlmitteltemperatursensor ECT sollte das PCM und andere Steuerungen für automatische Konfigurationszwecke mit einem Motorkühlmitteltemperatureingangssignal versorgen, Das ECT ist ein Messing-, Stahl- oder Kunststoffsensor mit einem Wärmewiderstand, in Harz aufgehängt, in der Spitze, das ECT wird typischerweise in einen Motorkühlmittelkanal eingeschraubt, so dass die Spitze in den Kanal eingeführt wird, Motorkühlmittel fließt über die Spitze des Sensors und beeinflusst den Wärmewiderstand im Inneren, wenn sich das Motorkühlmittel erwärmt, nimmt der Widerstand des ECT Sensors ab und die Stromkreisspannung steigt an, wenn die Motorkühlmitteltemperatur abnimmt, nimmt der Widerstand des ECT Sensors ab und die Stromkreisspannung nimmt ab, wenn das PCM einen ECT Sensoreingangskreis nicht erkennt, Wenn der Zündschalter auf ON gestellt und das PCM erregt ist, wird ein Code P063F gespeichert und eine Störungsanzeigelampe kann aufleuchten, das automatische Konfigurationssystem kann auch deaktiviert werden. Was zu ernsthaften Problemen mit dem Fahrverhalten führt, ein typischer Kühlmitteltemperatursensor, was ist der Schweregrad dieses DTC? Autokonfigurationscodes sollten ernst genommen werden, da die Leerlaufqualität und das Fahrverhalten des Motors gefährdet sein können, klassifizieren Sie einen gespeicherten Code P063F als schwerwiegend und adressieren Sie ihn als solchen. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P063F-Fehlercodes können gehören, Motorstillstand im Leerlauf besonders beim Start, verzögerter Motorstart Probleme mit dem Fahrverhalten Was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes? Ursachen für diesen Code können sein, ECT-Defektunterbrechung oder Kurzschluss zwischen ECT und PCM-Korrosion im ECT-Stecker Fehlerhafter PCM oder PCM-Programmierfehler Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P063F? Wenn andere ECT-bezogene Codes vorhanden sind, diagnostizieren und reparieren Sie diese, bevor Sie versuchen, den P063F zu diagnostizieren. Stellen Sie außerdem vor dem Testen sicher, dass der Motor mit dem entsprechenden Kühlmittel gefüllt ist und nicht überhitzt, ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM, ein Infrarot-Thermometer mit einem Laserpointer und eine zuverlässige Quelle für Fahrzeuginformationen sind erforderlich, um einen Code P063F genau zu diagnostizieren. Informationen zu den entsprechenden technischen Service-Buildtanks, TSB, finden Sie in Ihrer Fahrzeuginformationsquelle. Wenn Sie eines entdecken, das dem Fahrzeug, den Symptomen und den Codes entspricht, mit denen Sie ringen, kann dies dazu beitragen, eine korrekte Diagnose zu erhalten. Ich beginne jede Codediagnose immer, indem ich den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss anschließe und alle gespeicherten Codes und relevanten Standbilddaten abrufe. Ich schreibe diese Informationen gerne auf, oder drucke sie nach Möglichkeit aus, falls ich sie später benötige. Nachdem die Codes gelöscht wurden, als nächstes lösche ich die Codes und teste das Fahrzeug, bis eines von zwei Szenarien eintritt. A. Der Code kann nicht zurückgesetzt werden und das PCM wechselt in den Bereitschaftsmodus B. Der Code wird zurückgesetzt. Wenn Szenario A auftritt, haben Sie es mit einem intermittierenden Code zu tun, und die Bedingungen, die ihn verursacht haben, müssen sich möglicherweise verschlechtern, bevor eine genaue Diagnose gestellt werden kann. Wenn Szenario B auftritt, fahren Sie mit den unten aufgeführten Schritten fort. Schritt 1. Führen Sie eine Sichtprüfung aller zugehörigen Kabel und Anschlüsse durch. Überprüfen Sie die Sicherungen und Relais der PCM-Stromversorgung. Nehmen Sie die erforderlichen Reparaturen vor. Wenn keine Probleme gefunden werden, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Schritt 2. Beziehen Sie Diagnoseflussdiagramme, Schaltpläne, Steckerseitenansichten, Steckerbelegungsdiagramme und Spezifikationenverfahren für Komponententests aus Ihrer Fahrzeuginformationsquelle. Wenn Sie die richtigen Informationen haben, testen Sie mit dem DVOM die ECT-Spannungs-, Erdungs- und Signalstromkreise. Schritt 3. Beginnen Sie mit einem einfachen Test der Spannung, normalerweise 5 Volt, und der Erdungssignale am ECT-Anschluss. Wenn keine Spannung anliegt, verwenden Sie den DVOM, um den Stromkreis zum entsprechenden Anschluss des PCM-Steckers zurückzuverfolgen. Wenn an diesem Pin keine Spannung anliegt, vermuten Sie, dass das PCM defekt ist. Wenn am PCM-Anschlussstift Spannung anliegt, reparieren Sie die Unterbrechung zwischen PCM und ECT. Wenn keine Erdung vorhanden ist, führen Sie den Stromkreis zurück zur zentralen Erdungsstelle und führen Sie bei Bedarf Reparaturen durch. Wenn am ECT-Stecker Masse und Spannung festgestellt werden, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Schritt 4. Verwenden Sie das Infrarotthermometer, um die tatsächliche Temperatur des Motorkühlmittels zu ermitteln. Der Scanner-Datenstrom zeigt an, welche Temperatur oder welcher Spannungsgrad in das PCM eingegeben wird. Falls vorhanden, vergleichen Sie die Spannung mit den Temperaturinformationen in Ihrer Fahrzeuginformationsquelle, um festzustellen, ob der ECT-Sensor normal funktioniert. Wenn das ECT und alle Systemschaltungen funktionsfähig sind, vermuten Sie ein defektes PCM oder einen PCM-Programmierfehler. Viele mit OBD2 ausgestattete Fahrzeuge verwenden mehrere ECT-Sensoren. Eine kann für die Instrumententafelanzeige und eine andere für das PCM sein. Verwenden Sie Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen ECT-Sensor testen. Untertitelung des ZDF, 2020